Wolltet ihr auch schon mal wissen, wie ihr bestimmte Scheine oder einen bestimmten Betrag an einem unserer Geldautomaten auswählen könnt? Nachdem ihr eure Karte in einen Automaten gesteckt habt, klickt ihr auf Bargeldauszahlung. Jetzt auf Anderer Betrag und Notenauswahl. Jetzt gebt ihr euren Wunschbetrag ein, den ihr später in der Hand haben möchtet. Klickt danach auf Notenauswahl. Hier könnt ihr jetzt eure Scheine entweder entfernen oder wieder hinzufügen und somit die Stückelung eurer Geldsumme selber bestimmen. Wenn ihr zufrieden seid, klickt ihr auf Bestätigen. Jetzt gebt ihr eure Geheimzahl ein und dann wieder auf Bestätigen. Jetzt kommt auch schon eure Karte wieder raus und euer Geldbetrag. So einfach geht's.